Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, in diesem Video ein kurzes Update zu unserer Datei Tauschplattform Pfeiler. Bisher konnten die Schülerinnen und Schüler ja hier ihre Dateien direkt ins Tauschverzeichnis hochladen und die Lehrer konnten dann darauf zugreifen. In diesem System ist es aber so, wer hochladen kann, darf auch löschen. Und nicht nur die eigenen Dateien, sondern auch andere. Und das wurde wohl leider, ob absichtlich oder unabsichtlich, getan. Es sind immer wieder Ordner verschwunden, auch Dateien von anderen Schülern verschwunden. Deswegen mussten wir jetzt am Mittwoch den Schülerinnen und Schülern das Recht entziehen, Dateien hochladen und damit auch löschen zu können. Jetzt brauchen wir eine andere Möglichkeit, wie die Dateien zu den Lehrern kommen. Und dazu jetzt hier eine kurze Videoanleitung. Das Ganze gibt es in ausführlicher Form auch nochmal auf der Schul-Homepage. Ich melde mich jetzt mal hier als eine Testschülerin an, die Annette Groß. Und wenn man sich anmeldet, landet man ja standardmäßig in den eigenen Dateien, in unserem sogenannten Home-Verzeichnis. Normalerweise wäre man zum Hochladen einer Datei jetzt hier in die Netzwerkordner gegangen, hätte sich dann das Klassenverzeichnis oder eventuell auch ein Projektverzeichnis ausgesucht und dort die Datei hochgeladen. Das geht jetzt nicht mehr. Wir bleiben hier in den eigenen Dateien und direkt hier hinein laden Sie jetzt die Datei hoch. Und jetzt gibt es einen neuen Weg, die Datei mit der Lehrerin oder dem Lehrer zu teilen, nämlich hier neben der Datei, wenn man auf diesen kleinen Pfeil klickt, dann gibt es den Punkt Datei freigeben. Und hier können Sie jetzt den Nachnamen eines Kollegen eintippen. Ich mache jetzt mal meinen eigenen. Dann taucht er hier auch automatisch auf. Sie klicken hier drauf. Die restlichen Einstellungen sind so in Ordnung. Und dann drücken Sie auf OK. Und jetzt ist diese Datei freigegeben. Sie können das auch nochmal prüfen, indem Sie hier klicken auf Von mir freigegeben. Und dann sehen Sie eine Liste mit allen Dateien, die Sie freigegeben haben. Der Lehrer, die Lehrerin wird jetzt per E-Mail informiert, dass es eine neue Dateifreigabe gibt. Und wir wiederum sehen dann hier in diesem Ordner für mich freigegeben die Liste mit allen Dateien. Und das System hat sogar noch einen Vorteil, nämlich diese kleine Sprechblase hier. Über diese Sprechblase kann man der Datei einen Kommentar hinzufügen. Und ich wechsle jetzt mal kurz in meine Lehreransicht, füge einen Kommentar hinzu und dann schauen wir, wie das für die Schülerin aussieht. So, ich war inzwischen als Lehrer angemeldet und habe einen Kommentar verfasst. Jetzt bin ich wieder bei unserer Schülerin Annette Groß und Sie sehen, dass hier in der Sprechblase jetzt eine Zahl steht. Und das bedeutet, dass hier Kommentare an diese Datei angehängt sind. Wenn man jetzt auf die Sprechblase klickt, dann sehen Sie diesen Kommentar. Und Sie könnten jetzt sogar wiederum antworten und könnten dann vielleicht eine Frage, eine Nachfrage des Lehrers beantworten. Ein letzter Hinweis noch zu dieser Dateifreigabe. Denken Sie bitte daran, Ihren Dateien aussagekräftige Namen zu geben. Wenn der Kollege von 20 Schülern eine Datei bekommt, die Aufsatz heißt, dann wird es natürlich schwierig auseinanderzuhalten, von wem war das in welcher Klasse. Von daher verwenden Sie bitte möglichst eindeutige Namen, vielleicht der Nachname, die Klasse und dann, worum es in der Datei geht. Das war es auch schon. Ansonsten kann das Tauschverzeichnis ganz normal weitergenutzt werden. Die Kolleginnen und Kollegen werden hier weiterhin ihre Dateien für die Klasse zur Verfügung stellen. Was eben nicht mehr funktioniert, ist, dass man jetzt in dieses Verzeichnis die eigenen Dateien hochlädt. Das funktioniert jetzt über die Dateifreigaben.